Sky Dumont, geboren als Marco Claudio Cayetano Neven Dumont, geboren am 20. Mai 1947 in Buenos Aires, Argentinien, ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Autor. Er ist bekannt für seine Rollen in vielen beliebten Filmen und Fernsehsendungen und gehört zu Deutschlands besten Synchronsprechern. Sein Leben war jedoch von vielen Ereignissen geprägt, insbesondere als er an einem Hirntumor litt, der dazu führte, dass er seine gesamte Familie nicht mehr wiedererkannte. Sky Dumont wuchs in einer Familie mit künstlerischer Tradition auf. Sein Vater war Diplomat und seine Mutter eine Argentinierin deutscher Abstammung. Er begann seine Schauspielkarriere bereits in jungen Jahren und machte durch sein Talent und sein herausragendes Aussehen schnell auf sich aufmerksam. Mit seinen anspruchsvollen und vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten hat Sky Dumont in vielen berühmten Filmen und Theaterstücken mitgewirkt. Er hat viele verschiedene Rollen erfolgreich gespielt, von humorvollen Rollen bis hin zu ernsten und emotionalen Rollen. Eine der prominentesten Rollen von Sky Dumont war in dem Film, Der Schuh des Manitou, 2001er, einer sehr beliebten deutschen Komödie. Seine Rolle in diesem Film half ihm, seine Position im deutschen Kino zu festigen und erhielt viel Lob von Kritikern und Publikum. Darüber hinaus wirkte er in vielen anderen Filmen mit, darunter, Eyes Wide Shut, 1999, unter der Regie von Stanley Kubrick und The Boys from Brazil, 1978, mit der Beteiligung berühmter Schauspieler wie Gregory Peck und Laurence Olivier. Sky Dumont ist nicht nur in der Filmbranche erfolgreich, sondern auch ein hervorragender Synchronsprecher. Er hat viele Charaktere in Animationsfilmen und Hollywood-Blockbustern geäußert, die in Deutschland gezeigt wurden. Mit seiner warmen und inspirierenden Stimme erweckte er viele Charaktere zum Leben und trug zum Erfolg der Filme bei, in denen er mitwirkte. Allerdings verlief das Leben für Sky Dumont nicht immer reibungslos. Er sah sich vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen gegenüber, insbesondere als bei ihm Hirntumor diagnostiziert wurde. Diese grausame Krankheit beeinträchtigte nicht nur seine Gesundheit, sondern veränderte auch sein Leben völlig. Sky Dumont musste sich vielen Operationen und harten Behandlungen unterziehen und die Krankheit führte dazu, dass er seine gesamte Familie nicht mehr wiedererkannte. Trotz vieler Schwierigkeiten behält Sky Dumont stets seinen optimistischen Geist und seine Leidenschaft für die Kunst bei. Er beteiligte sich weiterhin an Film- und Fernsehprojekten und widmete sich kontinuierlich seiner Schauspielkarriere. Er hat auch viele Bücher geschrieben und über sein Leben, seine Karriere und seine Erfahrungen berichtet. Seine Bücher sind nicht nur Geschichten über das Leben, sondern auch eine Inspirationsquelle für viele Menschen, insbesondere für diejenigen, die mit Krankheiten und Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sind. Sky Dumont hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Er wird nicht nur für sein schauspielerisches Talent geschätzt, sondern auch für seinen Geist, Schwierigkeiten zu überwinden und sein Engagement für die Kunst. Er ist ein leuchtendes Beispiel für Ausdauer und Entschlossenheit und eine Inspiration für viele Menschen, insbesondere für diejenigen, die mit Krankheiten und Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sind. Im Laufe seiner Karriere hat Sky Dumont tiefe Spuren in den Herzen des Publikums und der Kollegen hinterlassen. Er ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Mann mit einem warmen Herzen und einer optimistischen Einstellung. Obwohl er mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert war, behielt er stets seine Leidenschaft für die Kunst bei und widmete sich kontinuierlich seiner Schauspielkarriere. Er ist ein leuchtendes Beispiel für Ausdauer und Entschlossenheit und eine Inspiration für viele. Sky Dumont hat eine lange und herausfordernde Reise hinter sich, behält aber stets seinen Optimismus und seine Leidenschaft für die Kunst bei. Er ist ein leuchtendes Beispiel für Ausdauer und Entschlossenheit und eine Inspiration für viele. Er hat tiefe Spuren in den Herzen des Publikums und seiner Kollegen hinterlassen und ist einer der talentiertesten und angesehensten Schauspieler Deutschlands. Neben seiner erfolgreichen künstlerischen Karriere ist Sky Dumont jedoch auch für eine wertvolle Eigenschaft bekannt, seine Bescheidenheit und sein hohes Selbstwertgefühl. Eine seiner herausragenden Eigenschaften ist seine Einstellung zu Gesundheits- und Körperpflegethemen. Sky Dumont möchte niemandem zur Last fallen, und dies ist nicht nur eine Meinung, die er tatsächlich wahrnimmt. Als Dumont mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert wurde, zeigte er bewundernswerte Initiative bei der Bewältigung seiner Erkrankung. Er versucht stets, Unabhängigkeit und Autonomie zu bewahren und sucht gleichzeitig nach Lösungen, die dazu beitragen, die Abhängigkeit von anderen zu minimieren. Diese Perspektive ist nicht nur Teil seiner Lebensweise, sondern spiegelt auch zutiefst seine persönlichen Qualitäten wider. Er möchte nicht, dass sich jemand durch ihn belastet fühlt, auch nicht in den schwierigsten Zeiten. Sky Dumont versteht, dass die Sorge um die persönliche Gesundheit und die Wahrung der Unabhängigkeit nicht nur wichtig sind, um gesund zu bleiben, sondern auch um Selbstachtung und Würde zu bewahren. Er findet immer Wege, effizient zu arbeiten, was ihm nicht nur dabei hilft, unabhängig zu bleiben, sondern auch dabei, eine optimistische und positive Stimmung zu bewahren. Er glaubt, dass Unabhängigkeit nicht nur eine Möglichkeit ist, sich selbst zu schützen, sondern auch eine Möglichkeit, die Menschen um ihn herum zu respektieren und für sie zu sorgen. Dies zeigt sich an der Art und Weise, wie Dumont mit schwierigen Lebenssituationen umgeht. Er scheut sich nicht, die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert ist, mitzuteilen, betont aber auch immer, dass er anderen keinen Ärger bereiten möchte. Dieses Selbstwertgefühl und diese Selbstachtung haben ihm geholfen, gute Beziehungen zu seiner Familie, Freunden und Kollegen aufrechtzuerhalten. Sky Dumont ist ein Modell dafür, wie man auch angesichts gesundheitlicher Herausforderungen seine Unabhängigkeit und Selbstachtung bewahren kann. Er hat gezeigt, dass es nicht nur eine persönliche Entscheidung ist, dafür zu sorgen, dass er anderen nicht zur Last fällt, sondern auch ein wichtiger Teil seiner Lebensweise ist. Er hat bewiesen, dass die proaktive und unabhängige Bewältigung von Schwierigkeiten bei seinen Mitmenschen Respekt und Liebe hervorrufen kann. Von der Aufrechterhaltung seiner Gesundheit bis hin zur Bewältigung der Herausforderungen des Lebens beweist Sky Dumont stets Selbstbeherrschung und Würde. Dies hilft ihm nicht nur, seine berufliche Form aufrechtzuerhalten, sondern auch, gute Beziehungen zu Menschen aufrechtzuerhalten. Er ist ein lebender Beweis dafür, dass die Wahrung von Unabhängigkeit und Selbstachtung einem Menschen helfen kann, Schwierigkeiten zu überwinden und nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben Erfolg zu haben. Mit diesen wertvollen Eigenschaften ist Sky Dumont nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch eine bewundernswerte Person. Er ist nicht nur in seiner Karriere ein Vorbild, sondern auch in der Art und Weise, wie er sein Leben lebt, und zeigt, dass Unabhängigkeit und Selbstachtung wichtige Faktoren sind, die jedem Menschen zu Glück und Erfolg im Leben verhelfen. Mirja, 43, und Sky Dumont, 72, haben nach 16 Jahren Ehe offiziell ihre Scheidung bekannt gegeben. Diese Nachricht sorgte bei Medien und Fans für Aufruhr, nicht nur wegen des Endes einer langjährigen Beziehung, sondern auch wegen ihres Alters. Das Paar, das in der Unterhaltungsindustrie einst als Symbol für dauerhafte Liebe galt, hat viele Höhen und Tiefen durchgemacht und wird von der Öffentlichkeit wegen seiner starken Bindung geliebt. Allerdings ist es, wie bei jeder anderen Liebesgeschichte, nicht immer möglich, die Harmonie langfristig aufrechtzuerhalten. Ihre Trennung wurde in einer offiziellen Pressemitteilung unter Berufung auf unüberbrückbare Differenzen bekannt gegeben. Obwohl Einzelheiten über die konkrete Ursache nicht veröffentlicht wurden, hat dies die öffentliche Neugier und Spekulationen nicht verhindert. Diejenigen, die dieses Paar liebten, waren traurig über das Ende einer Liebesshow, die sie viele Jahre lang gesehen hatten. Nur kurze Zeit nach Bekanntgabe der Scheidungsnachricht verbreiteten sich Gerüchte über das Privatleben von Sky Dumont. Unterhaltungsnachrichtenseiten berichteten, dass dieser berühmte Schauspieler mit einer neuen Frau aufgetreten sei. Diese Bilder und Informationen weckten noch mehr Interesse und Fragen in der Öffentlichkeit. Obwohl Sky Dumont nicht offiziell über diese neue Beziehung gesprochen hat, hat das Erscheinen einer neuen Frau viele Spekulationen und Spekulationen über seinen aktuellen Status ausgelöst. Obwohl diese Gerüchte unbestätigt sind, haben sie viele Fragen darüber aufgeworfen, wie Sky Dumont mit seiner aktuellen Situation nach der Trennung umgeht. Die Öffentlichkeit und die Fans warten auf weitere Informationen über die neue Beziehung des Schauspielers und darauf, wie er mit dieser Situation umgehen wird. Die Trennung von Mirja und Sky Dumont bedeutet nicht nur das Ende einer persönlichen Beziehung, sondern ist auch Teil einer größeren Geschichte über das Leben und die Liebe im Showbusiness. Obwohl das Ende dieser Beziehung unglücklich ist, haben beide Menschen das Recht, neues Glück für sich zu finden. Sky Dumont wird mit seinem Ruhm und seiner beeindruckenden Karriere sicherlich weiterhin die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zielen, unabhängig von Veränderungen in seinem Privatleben. In der Zwischenzeit wird auch Mirja mit der Unterstützung von Familie und Freunden einen Weg finden, ihr Leben positiv weiterzuführen. Das Leben nach einer Scheidung kann eine Herausforderung sein, aber es eröffnet auch neue Möglichkeiten für Wachstum und Veränderung. In einer kürzlich erschienenen Fernsehdokumentation machte Sky Dumont öffentlich beleidigende Kommentare gegen Tom Cruise, was in der öffentlichen Meinung für Überraschung und Aufsehen sorgte. Bemerkenswert ist, dass die beiden in der Vergangenheit eine recht enge Freundschaft pflegten und dieser plötzliche Wandel einen großen Schock in der Unterhaltungswelt auslöste. Tom Cruise und Sky Dumont galten einst als gute Freunde und teilten viele wichtige Momente in ihrer Karriere und ihrem Privatleben. Allerdings begann sich diese Beziehung schon vor langer Zeit zu verschlechtern, und nun sind die Spannungen zwischen den beiden zum Hauptthema der Dokumentation geworden. Sky Dumont, ein Schauspieler, der für seine vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten und seine illustre Karriere bekannt ist, zögerte nicht, Satire und scharfe Kritik an Tom Cruise zu äußern, der für seine großen Erfolge in der Filmindustrie bekannt und auch eine umstrittene Figur ist. Die Kommentare von Sky Dumont sind nicht nur persönliche Beobachtungen, sondern spiegeln auch den tiefen Schmerz und die Enttäuschung über die Beziehung wider, die sie einst führten. In der Dokumentation äußerte Sky Dumont offen seine Gefühle über die Veränderung in der Persönlichkeit von Tom Cruise und betonte gleichzeitig die Meinungs- und Lebensstilunterschiede zwischen den beiden. Diese Kommentare drücken nicht nur Unmut aus, sondern zeigen auch die Komplexität von Freundschaften, insbesondere wenn persönliche und berufliche Faktoren beginnen, sich gegenseitig zu beeinflussen. Diese Kommentare können jedoch nicht umhin, Fans und Kritiker dazu zu bringen, viele Fragen zu den wahren Motiven von Sky Dumont zu stellen. Ist dies ein Ausdruck einer zutiefst beschädigten Beziehung oder lediglich ein Versuch, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen? Was auch immer das Motiv war, dieser Vorfall hat in der filmbegeisterten Gemeinschaft eine hitzige Debatte ausgelöst und der Vorfall ist zum Mittelpunkt zahlreicher Artikel und Fernsehsendungen geworden. Letztendlich sind die Äußerungen von Sky Dumont nicht nur eine Kritik an Tom Cruise, sondern auch Ausdruck einer Beziehung, die einst eng war, sich aber nun in einer ernsthaften Krise befindet. Dies schadet nicht nur dem Einzelnen, sondern wirft auch tiefgreifende Fragen über die Natur zwischenmenschlicher Beziehungen in der Welt der Unterhaltung auf. Daraus lässt sich erkennen, dass auch die engsten Beziehungen von Meinungs- und Lebensstilunterschieden betroffen sein können und öffentliche Debatten wie diese langfristige Spuren in der Karriere und im Leben der Beteiligten hinterlassen können. Mit einem Schutzgeländer versehen und mit einer großen Steinplatte abgedeckt. Diese Maßnahmen, die Unantastbarkeit der Ruhestätte von Benny Hill waren und den beunruhigenden Vorfällen nach seinem Tod ein Ende setzten. Obwohl die Benny Hill Show zu seinen Lebzeiten auf Kritik stieß, erfreute sie sich beispielloser Beliebtheit und übertraf sogar die berühmte Monty Python Show in ihrer Blütezeit. Benny Hills bedeutende Beiträge zur Comedy wurden 1972 mit einem BAFTA Award für den besten Autor gewürdigt, was seine kreative Brillanz und seinen Einfluss auf die Branche unterstreicht. Die Popularität der Show reichte über das Vereinigte Königreich hinaus und brachte ihr 1980 und 1981 Nominierungen für den Primetime Emmy ein, was ihren internationalen Status in der Welt der Comedy festigte. Das bleibende Vermächtnis von Benny Hill wird auch durch die ikonische Titelmelodie Jackety Sex gefeiert, die in der ITV-Sondersendung The Nation's Favorite Team Tune zur beliebtesten Titelmelodie gewählt wurde. Diese lebhafte und unvergessliche Komposition ist zum Synonym für Hills komödiantische Streiche geworden. Im Jahre 2021 wurde im Londoner West End ein Musical über sein Leben und seine Karriere uraufgeführt, das seinen bleibenden Einfluss würdigte und sein komödiantisches Genie einer neuen Generation vorstellte, womit sein Platz in der Unterhaltungsgeschichte gesichert wurde. Ein entscheidender Moment in Hills Karriere ereignete sich 1991, als er den prestigeträchtigen Charlie Chaplin Award erhielt. Zu seinem Erstaunen erfuhr Hill, dass seine Bewunderung für Chaplin auf Gegenseitigkeit beruhte. Während der Zeremonie gewährte Chaplins Sohn Eugene Hill einen seltenen Einblick in Chaplins Arbeitszimmer, in dem sich eine umfangreiche Sammlung von Benny Hill Aufnahmen befand. Diese Enthüllung bestätigte, dass Chaplin selbst ein treuer Fan war. Eugene übermittelte Chaplins hohe Wertschätzung für Hill und erklärte, dass er ihn für den größten hielt. Eine Anerkennung, die Hills Karriere zutiefst bestätigte, da sie von einer der am meisten verehrten Figuren der Komödie kam. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.